Herzlich willkommen an der regionalen Schule Neukloster. Wir sind eine kleine Schule in einem ländlichen Raum mit 360 Schülern und 28 Lehrkräften. Als Schulleiterin ist es hier ein sehr angenehmes Arbeiten, weil mit dem Kollegium sehr zielorientiert und wertschätzend gearbeitet werden kann, alle Kollegen sich engagiert einbringen und auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen erfolgt. Wir haben hier in Neukloster einen sogenannten Schulcampus. Dafür, dass wir ein kleiner Ort sind, haben wir fünf Schulen hier geballt auf einer Ecke, mit denen wir allen sehr eng zusammenarbeiten. Das Tolle an unserer Schule ist unser Kollegium. Wir pflegen einen guten Umgang miteinander. Wir sind ehrlich, wir helfen uns, man hat einfach ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit. Das ist das, was uns auszeichnet. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir eine engagierte Schulleitung haben, die uns freie Hand bei unseren Projekten lässt, wo wir unsere Ideen einfließen lassen können. In meinem Falle besonders die Kunstprojekte, die ich hier durchführen kann, zum Beispiel mit meinem Wahlpflichtkurs, dass ich die Wände, die Flure gestalten darf und die Kinder tatsächlich auch richtig an den Wänden zeichnen dürfen und denen das natürlich für Freude bereitet. Wir freuen uns, dass es bald einen neuen Schulanbau geben wird und der Baubeginn im nächsten Jahr hoffentlich erfolgen kann. Und damit eröffnen sich uns mit neuen, modernen Klassenräumen und Unterrichtsmaterialien, digitaler Ausstattung, ganz andere Möglichkeiten auch im Hinblick auf einen modernen Unterricht. Besonders toll finde ich, dass ich jeden Morgen, wenn ich zur Schule fahre, ein gutes Gefühl habe, auf dem Weg zur Arbeit. Ich freue mich auf den Tag und am Ende des Tags, wenn ich um halb vier ins Auto steige, habe ich ein Gefühl, was geschafft zu haben. Wir leben hier in einer Region, wo andere gerne Urlaub machen. Wir sind umgeben von Seen, von Wäldern, von Natur pur und können diese Ruhe auch hier wirklich genießen. Wir haben eine ganz kurze Anbindung nach Schwerin, nach Rostock, Wismar, Lübeck. Das ist alles innerhalb von einer halben Stunde gut zu erreichen, sodass auch Städte gerne den Weg zu uns finden, um hier zu arbeiten. Unsere Schule ist geprägt von einem angenehmen Arbeitsklima, einem super Kollegium und einem besonderen Teamspirit. Sie können sich hier mit Ihren Ideen einbringen und diese auch umsetzen. Wenn Sie Schule leben und prägen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir würden uns freuen, Sie hier bei uns begrüßen zu können.